Gämsen an ehemals Tiere Natur selten sie seltsam kennen sie oder deseltsam kennen sie die Gämse, Rupi Capra Rupi Capra, vor der Rechtschreibreform Gämse und in der Jägersprache Gams oder Gamswild, ist eine in Europa und Kleinasien beheimatete A der Ziegenartigen. Zusammen mit der Pyreneien Gämse bildet sie die Gattung der Gämsen, Rupi Capra. Eine Gämse wird zwischen 110 und 130 cm lang, hat einen bis zu 8 cm langen Schwanz, ist am Widerest im Schnitt 75 cm hoch und wiegt 30 bis 50 kg. Sie verfügt über einen kräftigen, jedoch gedrungenen Körperbau. Der schlanke Hals trägt einen zur Schnauze hin stark verschmälerten, kurzen Kopf. Ihre spitzen Ohren besitzen eine Länge von ca. einer halben Kopfeslänge. Die Gämse hat verhältnismäßig lange, kräftige Beine mit relativ großen Hufen. Im Gegensatz zum Rotwild hat die Gämse keine Tränengruben, sondern eine Brunftfeige. Dieses Brüsenorgan befindet sich hinter den Hörnern in einer Höhung. Zur Brunftzeit sondert es ein schmieriges, überriechendes Sekret ab. Beide Geschlechter tragen Hörner, auch, Kruggen, genannt. Diese werden bis zu 25 cm lang und sind drehrund. Sie sind an der Wurzel kreisförmig eingekerbt, gerade aufsteigend und an der Spitze rückwärts gebogen. Im Sommer ist die Gämse schmutzig rot-braun, auf der Unterseite hellrot-gelb, auf dem Rücken mit einem schwarz-braunen Aalstrich, an der Kehle fargelb, im Nacken weiß geblich. Die Hinterseite der Schenkel ist weiß, der Schwanz auf der Unterseite und an der Spitze schwarz. Von den Ohren verläuft über die Augen hin eine schwarze Längsbinde. Im Winter ist die Gämse oben dunkelbraun oder braun-schwarz, am Bauch weiß, an den Füßen und am Kopf geblich weiß, auf dem Scheitel und an der Schnauze etwas dunkler. Beide Kleider gehen unmerklich ineinander über. Jäger unterscheiden das große, dunkelbraune Waldtier von dem kleineren, rot-braunen Gratier. Lebensraum bearbeiten Gämse in der Hohen Tatra-Gämse am Friederspitz-Ammergauer-Alpen. Die Gämse bewohnen den ganzen Alpenraum und Teile des Balkans und der Karpaten. Auch im Kaukasus und Anatolien kommen Gämsen vor. In Spanien, dem südwestlichen Frankreich und Mitte Italien leben die einer anderen Art angehörenden Pyrenäen-Gämsen. Das größte Revier Europas befindet sich im Hochschwabgebiet in der Steiermark. Nach Auswilderungen existieren zudem wieder kleine Populationen im Lausitzer Gebirge, im Schwarzwald, den Wogesen, dem Jura, sowie auf der Fränkischen Alb. Der Lebensraum-Hochgebirge ist ein Rückzugsraum, die frühere Verbreitung der Gämse in Mittelgebirgen konnte durch archäologische Funde belegt werden. Das Tier hält sich am liebsten im oberen Waldgürtel auf, steigt im Sommer aber häufig weiter ins Gebirge empor. Wenn die Gämse weiter unten zu sehr gestört wird, geht sie selbst in die unzugänglichsten Gebiete, von wo aus sie dann mit Anbruch des Tages die Grasplätze zwischen den Felsen besucht. Gegen den Winter rückt sie weiter in die Wälder herab. Lebensweise bearbeiten Weibchen und Jungtiere leben in Herden zu 15 bis 30 Tieren. Die soziale Bande ändert sich mit den Jahreszeiten. Im Sommer ist sie sehr intensiv, ein Tier der Herde ist zu dieser Zeit stets als Wächter abgestellt und warnt die anderen bei Gefahr durch einen Pfiff. Zum Winter hin wird der Herdenzusammenhalt lockerer, und manche Herden vermischen sich oder lösen sich auf. Das Rudel wird von einer erfahrenen Geiß angeführt. Böcke leben einzigängerisch und suchen erst im Spätsommer eine Herde auf. Sie vertreiben die männlichen Jungtiere, wenn sie alt genug sind, und behaupten sich in Kämpfen gegen Geschlechtsgenossen. In der 2. Novemberhälfte erfolgt dann die Paarung. Ende Mai oder Anfang Juni wirft die Gämse ein, selten zwei oder drei Junge, die bald der Mutter folgen und drei Monate gesäugt werden. Die Tragzeit beträgt sechs Monate. Die Geißen werden nach zwei Jahren geschlechtsreif. Im dritten Jahr ist das Junge ausgewachsen. Die Gamsböcke erreichen ein Alter von 15 Jahren, die Weibchen werden bis zu 20 Jahren alt. Ihre Nahrung besteht aus jungen Trieben der Alpensträucher, Alpenrose, Erle, Weide, Wacholder, Kiefer, sowie aus Kräutern, Blättern und Gräsern, im Winter auch aus Moos und Flechten. Feinde bearbeiten Gämse in der Slowakei. Die Gämsen sind durch herabrollende Steine und Felsstücke gefährdet sowie durch Lawinen, besonders frühe Herbstlawinen sind häufig tödlich für viele Gamskitzel, in strengen Wintern auch durch Futtermangnel. Raubtiere wie Luchs, Wolf und Bär stellen ihnen nach. Der Steinadler schlägt hin und wieder Gamskitzel, Menschen und Gämse bearbeiten Bejagung bearbeiten. Die Jagd auf Gämsen findet aufgrund ihrer Lebensweise meist im Hochgebirge statt. Der Gämsen keinen steilen Grat und keine felsigen Gegenden scheuen, ist die Jagd mühsam und oft gefährlich. Der tatsächlich bejagbare Bestand ist oft sehr gering, da durch die widrigen Umweltbedingungen insbesondere im hochalpinen Winter viele Jungtiere nicht überleben. Auch können Seuchen wie Gämsblindheit, Breude und andere parasitäre und infektiöse Erkrankungen für hohe Todesraten mitverantwortlich sein. Aber auch in den Mittelgebirgsregionen kann heute, aufgrund der sicheren Populationsgrößen, wieder eine nennenswerte Bestandsabschöpfung verzeichnet werden. Verwertung bearbeiten Das Fleisch der Gämsen ist wohlschmeckend und wird hochgeschätzt, das Fell gibt schönes Leder, das vor allem zu Beinkleidern und Handschulen verarbeitet wird. Die Hörner werden zu Stockriffen und die Haare auf dem Widerrist als Hutschmuck, Gamsbart, verarbeitet. Im Aden der Gämsen findet man zuweilen die sogenannten Gämskugeln oder den deutschen Bezoa. Dieselben wurden wegen vermeintlicher arzneilicher Wirksamkeit ebenso wie das Gamsblut früher